Hallo, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Wir wollten heute mal einen Vergleich für euch ziehen zwischen der regulären Märklin H0-Reihe und Märklin MyWorld. Märklin MyWorld, hier an der linken, ist die Kinderserie bzw. Spielzeugvariante der Märklin Modellbahn und ist für Kinder ab drei Jahren geeignet. Die reguläre Märklin Modellbahn in Spur H0 ist für Kinder ab ungefähr zwölf Jahren geeignet. Ihr seht vielleicht schon die ersten Unterschiede. Wir haben hier für die Märklin MyWorld Serie eine etwas andere Fernbedienung. Hier haben wir das Pandor für das Erwachsenenprogramm. Den Märklin Infrarotsensor ist übrigens die billigste Märklin Fernbedienung für das normale Modellbahnprogramm. Hier gibt es auch deutlich bessere Varianten, aber zum einfachen Vergleich haben wir jetzt mal das hier. In der Märklin MyWorld Serie ist das Ganze hier nicht so filigran und recht einfach zu bedienen. Wir haben drei Stufen zum Vorwärtsfahren und drei Stufen zum Rückwärtsfahren und die Funktionen, also Licht, zwei Soundfunktionen und die Hupe sind einfach hier abgebildet. Des Weiteren zur Zugauswahl, die ist bei Märklin MyWorld auch recht einfach. Hier gibt es G und H, also zwei Kanäle. Damit kann man zwei verschiedene Züge ansteuern. Man kann also zu zweit fahren. Auch das etwas simpel gehalten. Im Vergleich dazu, die einfache Märklin Infrarot Fernbedienung hat vier Kanäle. Hier kann man vier verschiedene Züge gleichzeitig steuern mit einer Fernbedienung. Man kann hier immer umschalten. Und ja, die Funktionen sind auf den vier Tasten hier. Hier ist Licht, hier schneller, langsamer und hier die Richtung. Ja, also da ist schon mal der erste Unterschied. Das ist halt wirklich simpler zu bedienen für Kinder. Dann der zweite Unterschied, auch ein sehr, sehr großer Unterschied. Die Märklin normale H0-Reihe, also diese hier, wird über das Stromnetz betrieben. Das heißt, es gibt ein Anschlussgleis, welches mit dem Stromnetz verbunden ist. Die Märklin MyWorld-Serie für Kinder wird im Akkubetrieb benutzt. Die Märklin MyWorld-Serie wird mit einem Akku betrieben. Das heißt, hier ist ein Akku drin. Über die Gleise wird kein Strom geführt. Sobald der Akku leer ist, muss er geladen werden. Aber die ganze Anlage muss nicht mit dem Strom verbunden werden, was ja auch für Kinder etwas besser ist. Dann natürlich die Gleise. Ein großer Unterschied auch. Ich hole sie mal her. Wir haben hier einmal das bekannte Märklin C-Gleis. Führt Strom. Hier auf den Gleisen und hier ist der Mittelleiter. Das hier, das Pandor aus Märklin MyWorld, führt keinen Strom, da die Lok hier mit Akkubetrieb gefahren wird. Ihr seht auch, der Aufbau hier ist deutlich filigraner, allein durch diese Verbindungsteile. Hier oben auch, ja. Optisch ist die gar nicht so schlecht. Die MyWorld sieht ja fast genauso aus. Ist auch von der Größe her der gleiche Maßstab wie H0. Man könnte auch mal versuchen, das zu verbinden. Ob es geht? Geht sogar. Also es wird wirklich das gleiche Grundprinzip genutzt. Jedoch im Endeffekt natürlich hier für Kinder und auf der anderen Seite für Erwachsene. Dann natürlich ein sehr, sehr großer Unterschied, was wir noch haben. Die Kupplung der Märklin MyWorld Serie funktioniert kindgerecht mit Magneten. Und bei der normalen Märklin Serie gibt es normale Kupplungen, beziehungsweise hier eine etwas andere für dieses Modell. Aber die sind etwas schwieriger zu bedienen. Und ja. Was auch ein sehr großer Unterschied ist, ist die Detailtreue. Ihr seht hier, man kann alles lesen, wenn man möchte. Alles ist recht nah am Original. Und ja, alles filigran. Und wenn das Teil runterfällt, ist es natürlich immer ärgerlich. Hier kann viel kaputt gehen auch. Das ist hier natürlich etwas simpler gehalten. Sehr wenig Beschriftung. Alles ist robust. Und ja, also einfach für Kinder geeignet. Die Frage ist natürlich, jetzt hat man ein Kind, das so 11 ist, 10 ist. Wird das noch mit der MyWorld Serie glücklich? Oder aber vielleicht dann doch besser mit der regulären Serie? Hier würde ich vorschlagen, einfach in sich zu gehen. Wie erwachsen ist das Kind schon? Wie gut kann es mit Sachen umgehen? Es gibt mit Sicherheit auch schon 6-Jährige, die mit der normalen Märklin-Reihe zurechtkommen. Wenn sie denn mit Bedacht handeln. Vielleicht auch, wenn man immer dabei ist, wenn gespielt wird. So viel zu diesem Video. Ein kleiner Vergleich für euch. Dass ihr mal den Unterschied auch hier live direkt nebeneinander seht. Ich zeige euch nochmal die Loks hier im Vergleich. Also ihr seht schon, das normale Programm ist deutlich filigraner. Auch unten und oben. Also hier wurde definitiv auf die Details deutlich mehr Wert gelegt. Ja, hier ein kleiner Überblick für euch. Das war es für dieses Video. Lasst uns ein Abo da. Schaltet wieder rein. Wenn wir ein paar Modellbahnen testen. Wenn wir Elektronik testen. Wenn wir Gaming-Bedarf testen. Hier wird alles, was unterhaltungstechnisch relevant ist, getestet im Kanal. Extra für euch. Ja, deswegen lasst ein Abo da. Ihr seht sofort, wenn neue Videos kommen. Und ja, wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao.